Musik 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 So und die muss jetzt senkrecht hoch in die Luft, weil der Geschwindigkeit hier aufgeholt hat. Musik Jawohl, Steuerknüppel an den Bauch gezogen. Der Aufschluss im Rollen der Stolken, fast auf einer Schlafmaschine und jetzt gehen wir langsamer. Das hat der Grund auch gerade noch bei den heißen Temperaturen geleistet. So, Fakt gegen 0, fällt dann dann einen Augenblick zurück. So, das ist besonders eklat von außen. Mit dem, er hört aus, im Sitzraum außen. Er kommt jetzt sehr, sehr lang in der Nähe, dass man hier die Summe angepässe. Wenn man nicht bewusstlos wird, dann ist das. Vielleicht können Sie das auch aus dem Info-Fall-Tower. Dann stellt sich das drauf, hier mal gestart. Das ist das, was der Rohrenplan da gemacht hat. Jetzt kippt er bei den linken Flächen wieder rechts. Dann muss schon neu, aber jetzt geht es weiter. Dann können wir den linken Flächen wieder aufschlösen. Dann können wir den linken Flächen wieder aufschlösen. Dann können wir das einfach wieder aufschlösen. Dann können wir das einfach wieder aufschlösen. Dann können wir das einfach wieder aufschlösen. Schauen Sie mal, wie wendig die Maschine ist. Einfach kurz, voll in den Zeichnungen reingetreten. Und schon geht es wieder um 180 Grad in die Entwürsitzrichtung. Ich habe den Johann letztes Jahr in Walsch auf Flugtag bei Mannheim das erste Mal gesehen. Und genau, das ist jetzt wieder der Fall. Das Motorgeräusch geht kurz weg und jetzt gibt es wieder Gas. Das Motorgeräusch ist dann drüber raus. Und jetzt wird der Motorgeräusch Platz. Das Motorgeräusch kommt. Der Motorgeräusch runter. Und dann werden wir schon ganz langsam das Wasser schlösen noch anders machen. Jetzt wird der Motorgeräusch auf der Hälfte zaschen. Der Motorgeräusch ist dann ganz nachher drüber benutzen. Und jetzt ist auch der유 so ganz nachher drüber benutzen. Jetzt kommt der Motorgeräusch runter. Und jetzt wird der Motorgeräusch auf. Dann kommt mir vor. Es ist ja nicht so, dass ich das das erste Mal sehen werde, aber ich bin jedes Mal wieder so verbegeistert. Ja, genau das. Musik Ja, ich habe euch schon erwähnt, die Maschine hat keine hohen Reichweite für die Rundfunkmaschine. Und der hat mir erzählt gehabt, dass der Vorbesitzer der Maschine sich mal ein bisschen verkalkuliert hatte. Er hatte relativ wenig Treibstoff dabei für einen Kuntzug-Eck eben nur. Und dann musste er alleine relativ lange am Boden stehen, bis die ganzen Rundfunkmaschinen durch waren. Und dann im Kuntzug-Display gegen Ende ist dann tatsächlich der Sprichwerk gewesen. Und das ist natürlich auf dem Fall, dass da für ganze Land der Maschine landet. Die Landgeschwindigkeit dieser Maschine liegt bei ungefähr 290 kmh. Also das ist das, was sie eigentlich auf der Autobahn fahren, das hat sehr zu planen. Bei 200 kmh muss man nicht immer auf der Autobahn fahren. So viel hier auf der Kuntzug ist, aber ich möchte tatsächlich jetzt meine Temperatur nicht mehr auf der Autobahn fahren. Aber ich bin mir sicher, der hat da Spaß dran. Vielleicht kriege ich ihn gleich nochmal zum Interview, wenn er gelandet ist und ein bisschen was getrunken hat und der Puls wieder etwas runterfährt. Weil das ist jetzt wirklich Luftsport, was er da oben betreibt. Das ist harte, harte Arbeit. Die ganze Belastung, mit der er in Sitz getrunken wurde, mit den ganzen Gehenden können. Zum Beispiel ist er innerlich so zu verplant haben. Und da ist ein ganzes Mittel. Und er hat wie die Ausbeizung das ist und er hat in der Zeit. Dass sie die Politik hat, dass sie gerade gespürt werden müssen. Mehr über die Vertreter sind die Kraft, die in einer gewisse Zeit. Und dann kann man das mit ihm dann ziehen. Und dann kommen die Aufmerksamkeit zu auf. Und dann kommen die Aufmerksamkeit. So, das ist ganz besonders schwer, dass man immer einen Rollenkreis hat. Da gibt ein Kreis und rollt dabei die Maschine noch um die Linksachse. Das ist ganz, ganz schwer zu koordinieren. So, jetzt hat er fast die 360 Grad geschafft. Und kommt ab Aussehenspunkt wieder an, wir haben es aber auch verfolgen können. Also ganz, ganz sicher. Der Messer ist nicht ganz so intensiv, wie in der Zeitung. Der Messer ist auch nicht gelangt. Der Messer ist auch nicht gelangt. Der Messer ist auch nicht verpazierend. Also jedenfalls sieht man es nicht. Wenn man zum Beispiel den Messer hochfliegt, den ich den zweiten Auto steuert, dann können es wirklich nur zwei, drei, drei entscheidend sein. Dann können wir es auch noch nehmen. 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 Da fällt mir nicht die Kinnlade runter. Das ist einfach super. Sportlandfliegen natürlich ist schwer, aber ich glaube, das ist eines der zu schwierigsten landenden Flugzeuge überhaupt. Und wie gesagt, wir saßen heute Morgen beim Frühstück zusammen und haben ein bisschen gequatscht. Das war echt hoch. Für Profis. Und bestimmt Wiedersehen. Vielen Dank.